Und dann Moinzen zu wieder so einem Video. Sonntag war in Mainz 4 zu 1 Auswärtssieg und ja, hab's doch gesagt, ich hab's doch gesagt, rund um Hertha glaube ich schon, aber vor allem rund um Leverkusen, ich bin recht entspannt, ich bin recht entspannt und muss natürlich auch trotzdem ordentlich in die Tasche lügen und sagen, ich hätte hier erwartet, dass wir Mainz mit 4 zu 1 schlagen. Natürlich auch eine absolute Lüge. Hab's auch so ein bisschen verfolgen können tatsächlich auf der Konfirmation von meiner Schwester. Schön gewesen war's am Sonntag und so ab der Hälfte oder eher gegen Ende der ersten Halbzeit haben wir sogar auf den Beamer bekommen mit irgendeinem freien Wähler in der Gegend. Das war schon sehr, sehr geil. Was wir nicht anhatten, war Ton. Hab ich ja danach ein bisschen gehört. Wieder kranker Support gewesen in Mainz von VfB. Wäre jetzt wieder auf 4.500, 5.000 dabei gewesen, wenn ich sogar mehr. Sehr, sehr geil. Einfach brutal stark. Über die gesamte Saison gesehen, brutal stark. Egal wie es läuft, einfach nur Lob auch da wieder. Und ja, war wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, dass ich diese erste Halbzeit mehr oder minder verpasst habe, weil ja wohl nicht so der Wahnsinn war. Auch nicht kacke, aber auch nichts Besonderes. So Sonntagnachmittags, Kick halt, 1-1 hat wohl gepasst. Und dann in der zweiten Halbzeit, ne? Überraschend eiskalt. Einfach geil sich auch mal anzugucken, nach dem Spiel auf ein Spiel zu gucken, dass 1 zu 4 ausgegangen ist und dann zu lesen 1,56 zu 1,65 X-Goals. Normalerweise brauchen wir umgedreht, ne? Normalerweise machen wir aus 4 X-Goals 1,65 Tore und nicht andersrum. Überraschend eiskalt. Einfach geil. Ja, von mir aus auch 1,2 oder 1 Tor auf jeden Fall zu hoch. Aber ja, Mainz hat auch keine dicken Chancen mehr gehabt. Prieto ein paar Dinger sehr geil entschärft noch die nahen Schüsse. Waren zwar mehr oder minder zentral, aber nah und schnell. Also den musst du ja erstmal halten. Und dann war es, glaube ich, auch um die meisten geschrieben, verdienter Sieg, weil Mainz war ziemlich die Luft raus. Die Mainzer waren auch nicht ganz so zufrieden, glaube ich, nach dem Spiel. Ja, dieser Bayern-Sieg war wohl echt das Letzte, was sie so richtig zum Laufen kriegen, diese Bundesliga-Saison. Die Europa-Hofflungen waren ja eh nicht mehr großartig da. Und für uns war es unfassbar wichtig. War unfassbar wichtig. Jetzt gehst du, kommen wir gleich dazu, aber auch sehr viel entspannter, wenn auch nicht natürlich komplett entspannt, aber entspannter, als wenn man jetzt nur einen Punkt geholt hätte in den letzten Spieltag. Total wichtiger Sieg. Auf Platz 15 hochgehoben, dieser Sieg. Kurz noch zum Schiri. Also nicht groß aufgefallen, aber wiederum ist es so eine Szene. Chor hätte halt gelb-rot sehen müssen. Das ist wieder so ein typisches Ding. Aber war ja zum Glück für den Spielverlauf mehr oder minder dann egal. Kommen wir zu einzelnen Spielern. Koulibaly zum 4-1 getroffen. Nach Einwechslung natürlich, das weiß ich nicht, das große Tor, ne? Also hat man halt reingeschoben so. Bei ihm aber eben interessant, er wird nicht bleiben. Zwar auf B steht noch offiziell aus natürlich, aber alles, was man liest, auch Ricky Palm hier zum Beispiel wieder, Vertrag läuft aus und er wird nicht verlängert. Hier muss ich sagen, habe ich ja schon mal meinen Magen zugegeben, aber hier im Kurzdurchlauf nochmal. Ich verstehe ihn, der sagt, ey, jetzt hat er gerade mal eine gute Phase, behalt ihn doch, weil, das ist das größte Plus-Argument, du musst ihn ja ersetzt bekommen in der Art. In der Art als Einwechslspieler, in der Art, wie er eben tickt, einfach komplette Verwirrung in das Spiel reinbringt, wenn er kommt, ist ja alles positiv. Aber eben negativ gesehen, der Kerl ist seit 2019 da. Klar, da war er auch saujung aus der PSG-Jugend, aber der ist seit 2019 da, war absolut nie, nie, nie Stammkraft, nie Startelf-Spieler. Im Winter wollte er weg oder gab es Gerüchte, dass er weg will. Du weißt auch nicht, bekommst du das nächstes Jahr wieder? Ist das jetzt diese Phase von wegen, oh, mein Vertrag läuft aus und ich muss mich jetzt präsentieren für den Verein, falls sie mich verlängern wollen oder eben auch für andere Vereine, wenn ich dann als freier Spieler im Sommer dastehe? Ist so ein bisschen die Frage, er hat überhaupt keine Konstanz drin gehabt. Ist wieder ganz okay jetzt mittlerweile als Einwechselspieler. Auch diese krasse Statistik hier auf Platz 5 in Europa, also unter allen Spielen in der europäischen Ligen, bei den Minuten, die er für ein Tor braucht. Das heißt, sehr wenige, ist ja auch klar beim Einwechselspieler eigentlich, aber trotzdem ist starke Statistik europäisch gesehen. Trotzdem gibt es Gründe, warum er ihn halten will, warum er ihn nicht halten will. Ich würde es verstehen, wenn man ihn nicht verlängert. Ich würde es aber auch verstehen, wenn man ihn verlängert. Warum machen wir uns das mal so einfach? Noch klarer ist, dass Gerasi gehalten werden muss. Das Problem ist aber hier, je mehr man liest und je mehr da jetzt in den letzten Tagen geschrieben wurde, desto mehr kommt das Gefühl, das passiert nicht. So, hier hat Ricky Palmer auch angeschrieben, das Ding ist noch offen. Es ist alles offen, ob er bleibt, ob er geht im Sommer. Problem da scheinbar, auch nicht von offizieller Seite, aber was man so liest, sie haben keinen Anschlussvertrag gemacht. Normalerweise ist es normalerweise so, du leistest den Spieler aus und für den Fall, dass du eben Kaufoptionen hast, Kaufpflicht hast, wie auch immer, handelst du schon mal einen Anschlussvertrag aus. Dann im Motto, jo, du bist bist du schon mal da. Wenn wir dich kaufen, ist das der Vertrag und dann geht es direkt weiter. Und das haben sie scheinbar nicht hinbekommen, nicht gemacht, nicht hinbekommen, weiß ich, woran es ja gescheitert ist, aber scheinbar gibt es keinen Anschlussvertrag für Gerasi. Heißt das, man müsste auch da quasi neu verhandelt werden, geht wahrscheinlich dann, wie immer, mehr oder minder ums Geld dann aber auch. Aber wie er es ja auch gesagt hat, Gerasi, er hat viele Optionen. Er kann zurück zu Rennen, weiß ich gerade nicht, weiß ich gar nicht, wo die Schienen liegt, aber ob das interessant wäre für ihn. Denn er schielt scheinbar auch oder schaut durchaus auch auf das internationale Geschäft, was ja auch, kommen wir gleich zu, zu den Stats passt. Aber es würde halt schon extrem wehtun, weil du guckst auf den Transfer, Jahr ausgeliehen, Kaufoption 9 Millionen, wie so berichtet wurde, und dann ist er halt da. So wie beim Mafropanos, wie beim Ito, Kauf zum Sommer. Wie ziehen wir, dann ist er da. Scheint nicht so zu sein. Du könntest ziehen, wie man wollen, aber du musst halt trotzdem auch einen Anschlussvertrag hinbekommen, wenn du das nicht hinbekommst. Ja, ich weiß nicht, wie es dann mit der Kaufoption aussieht, aber es sieht wohl doch nicht so sicher aus und so safe aus, dass der Mann bleibt, nur weil wir ihn quasi als Kaufoption haben. Das ist ziemlich, ziemlich kacke. Muss man ja auch sagen, wie gesagt, jetzt die Stats. Elf Tore in 21 Spielen. Da muss man sagen, dass du so zwei Spiele rausrechnen kannst eigentlich sogar, weil ein Spiel war das Bremen-Ding, wo du nach 20 Minuten runter musst, und das andere war eben so ein Spiel, wo du wieder reingekommen bist. Irgendwann nach Bremen-Union war es, glaube ich, für 20, 25 Minuten. Und auch ein drittes war, glaube ich, sein erster Einsatz, der dann wahrscheinlich auch in die offiziellen Spiele reinzählt, wo er irgendwie für fünf, sechs Minuten auf dem Platz stand. Das heißt, so gesehen eigentlich fast elf Tore in 18 richtigen Spielen, oder von mir aus 19. Das sind Stats, das sind Statistiken in der Bundesliga, die kann kein anderer Spieler aufweisen, in so wenig Spielen so viele Tore zu machen. Klar, er ist auch unsere Elfmeterschwitze, darf man auch dazu erwähnen. Aber der Einzige, der es noch geschafft hat, in 18 Spielen ist es, glaube ich, oder scheint es zu sein, hat Schubo Mutting bei den Bayern vorne drin zehn gemacht. Also der hat so ähnliche Statistiken. Sonst, jeder andere, der über ihm ist, in der Torhüterkanone quasi, hat auch mehr Spiele gemacht als Gerasi. Diese dicke Verletzungsphase, hier sechs, sieben Spiele raus unter Labbadia. Was hätte da sein können? Ohne Witz, das sind krasse, brutale Statistiken, die er hat. Auch ein Lob. Man muss ja fast sagen, ich hoffe, das klingt nicht so böse, aber endlich mal kann man es auch lobend rausholen, was Chris Führig da gemacht hat. Eine perfekte Einwechslung. Auch da habe ich ja auch bei meinem VfB geschrieben, als Mind of the Match. Das erste Mal seit Kakao 2008, dass ein Einwechselspieler beim VfB nach seiner Einwechslung an drei Toren direkt beteiligt ist. Zwei Vorlagen, ein Tor. Das Tor auch eiskalt. Wirklich, das macht er ja tausendmal. Die ist ja, sich ziehen in die Mitte, die ist das, tausendmal eiskalt. Vorlage für Gerasi direkt nach zwei Minuten, glaube ich, der Eckball. Und eben, ja gut, die einfache Vorlage, drauf gelaut auf den Fehler von Mainzer, für Koulibaly dann endlich bei ihm, muss man sagen. Sehr, sehr geil. Und auch Bredlo, letzten Wochen echt immer wieder Fehler gehabt. Find auch beim 1-0. Natürlich doof abgefälscht von Itos Rücken, aber auch da sieht er nicht wirklich gut aus. Beim 1-0 hechtet das so ein bisschen hin und her und greift da dann irgendwie einen Ball vorbei. Sieht halt doof aus. Ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein 100% Torwartfehler, aber es sieht halt doof aus für ihn. Und dann eben so eine Partie abzuliefern. Gab ein paar Bälle, die darfst du auch gerne halten als Keeper. Gab ein paar Bälle, wo man sagen muss, ey, geil, dass er sie gehalten hat. Und sieht man ja auch daran, auch Endo, starkes Spiel gemacht. Brutal wichtig gewesen. 1-1, schönes Tor, so Bundesliga-Logo mäßig in der Pose. Wichtig, 1-1, Käpt'n geht voran. Vorlage zum, ja, wahrscheinlich mit Spiele entscheidenden 3-1 gemacht. Geiles Spiel und sieht man eben auch alle 3 in 11 des Tages. Zumindest vom Kicker, ich glaube von der Sportschau auch die meisten. Predlo, Endo, Führig und eben auch bei der Sportschau Spieler des... Äh, bei der Sportschau, beim Kicker. Spieler des Tages, Chris, Führig geworden. Und wenn man so ein bisschen, ja, Trainer des Tages nimmt, ist vielleicht da, ist vielleicht da ein bisschen hart bewertet, wenn man da jetzt direkt den Hoeneß nimmt. Aber ich wollte einen Übergang hinbekommen zu Sebastian Hoeneß. Was der hier geleistet hat bisher, ist unfassbar. Und jetzt dürfen wir ja durchaus positiv sein. Kommen wir gleich drauf. Aber wir dürfen ja durchaus positiv sein, dass wir die Liga auch halten unter Hoeneß. Wir haben uns in eine gute Position gebracht, mal mindestens eine Riesenleistung. Der Mann kam, als wir auf Platz 18 waren, mit 5 Punkten Abstand auf Platz 15. und eben, zuerst die anderen Trainer, Materazzo-Tabelle, Platz 17, Wimmer-Tabelle, Platz 8, wobei man auch da, ohne jetzt Wimmer doof reden zu wollen oder schlecht reden zu wollen, Auswärtsspiel lief gar nichts und die Heimspiele waren noch welche, du gewinnen darfst. Das möchte ich bei ihm mal so ein bisschen hinzufügen und waren noch nicht so viele Spiele wie die anderen Trainer, aber Wimmer-Tabelle, Platz 8 und Labbadia-Tabelle, Platz 18. Aber Hoeneß-Tabelle, Platz 5. Platz 5, seitdem Hoeneß da ist in den Spieltagen. Die er da ist in der Bundesliga, brutal stark. Wie gesagt, auch ganz klar, wir sind noch nicht sicher durch. Auch rechnerisch ist der Abstieg noch drin am letzten Spieltag. Alle in Weiß gegen Hoffenheim ist schon das Motto angekündigt worden von der Kurve. Das wird ein richtig geiles Bild, wenn wir eben die meisten auch in Weiß dann sind. Da natürlich auch das Schade, dass eben diese Haupttribüne der Teil halt leider Baustelle ist. Sonst ein komplettes Rund mit 60.000 in Weiß wäre schon geil. Ich hoffe auch, das Wetter spielt mich. Ich glaube, bisher Prognose sagt, dass das Wetter auch mitspielt für Samstag. Könnte sehr, sehr geil werden. Duell der Ex-Trainer. Ex-Trainer Hoffenheim-Höneß. Ex-Trainer Stuttgart-Materazzo. Ganz wild. Und auch hier, statistisch wieder rausgeholt. Habe ich auch vor ein paar Wochen, glaube ich, auch schon wieder getan im Video. Wir haben seit dem Saisonende, ich glaube, irgendwie Spieltag 32, 33 war es, glaube ich, 2021, also Saison 2021, keine zwei Siege am Stück gefeiert. Und jetzt wäre der Zeitpunkt, um das zu ändern, weil ich will einen Sieg sehen gegen Hoffenheim zu Hause. Ich bin, glaube ich, auch nicht der Einzige. Ist ja ganz klar. Hoffentlich reißt diese Serie endlich wieder nach zwei Jahren dann. Und auch hier noch vielleicht was Kleines. Vor dem Hoffenheim-Spiel, falls es passiert, schon mal meine Meinung quasi im Vorhinein. Hoffenheim hatte einen mini, mini Platzsturm. Kann man sich, glaube ich, oder berechtigterweise so ein bisschen lustig drüber machen, über diese 15, 20 Leute, die es waren auf dem Rasen. Nachdem Hoffenheim ja vielleicht auch ein Vorteil für uns, sind schon durch. Haben die Klassenheit geschafft, durch den durchaus überraschenden Sieg gegen Union Berlin zu Hause. Und jetzt eben die Frage, weil ich es auch schon ein paar Mal gestellt bekommen habe, auch auf Instagram. Meinung zu einem Platzsturm. Sollte es einen Platzsturm geben von unserer Seite aus? Am Samstag muss ich sagen, grundsätzlich, wenn es so läuft, wie ich es mir auch hoffe, das Spiel, nein. Also ich kann jeden verstehen, der auch Bock drauf hätte, weil ich muss ja auch sagen, 2017 Aufstieg war ich auf dem Platz. Letzte Saison nach dem Klassenerhalt war ich auf dem Platz. Ich habe den Platzsturm schon erlebt. Für Leute, die es noch nicht erlebt haben, vielleicht darauf hoffen, 100% verständlich. Vielleicht würde ich auch mit auf dem Platz gehen, weil es ist halt einfach ein geiles Feeling, ein geiles Gefühl, eine geile Geschichte auf dem Platz zu stehen nach der Saison. Und wie gesagt, wir Fans, oder vor allem die Phase unter Hoeneß und wir Fans sowieso, hätten uns sowas auch verdient, sich quasi selbst zu feiern damit oder eben die Saison damit zu krönen. Aber zu den Gründen, warum ich sage, naja, weiß ich nicht, ob ich das so feiern würde. Es ist halt einfach eine komplett andere Situation. Letzte Saison war über die gesamte Saison eigentlich mehr oder minder Harmonie da. Ich glaube, die meisten waren schon hinter Missländer, hinter Materazzo mit dem Projekt. Keine Vier-Trainer-Wechsel und dann eben auch dieser Spieltag, diese Serien in den Spieltag rein und dann eben Last-Minute. Das löst ja auch noch was aus. Last-Minute-Sieg und dann eben dazu auch noch, wie gesagt, ich glaube, das vierte war es damals, vierte Heimspiel, das wieder ausverkauft sein durfte mit 60.000. Davor waren ja zwei Saisons oder anderthalb Saisons, zwei Jahre, wie auch immer, lang Corona-Pause. Da waren Geisterspiele, da durfte keiner ins Stadion. Das war das vierte Heimspiel erst, das wieder ausverkauft sein durfte. Das heißt, auch da hat sich einfach Frust oder irgendwas einfach was angesammelt, was raus musste nach diesem Abpfiff gegen Köln. Das alles ist weg, diesen Samstag, finde ich. Die Saison war sehr, sehr viel nerviger, sehr, sehr viel negativer und toxischer und wie auch immer. Wir haben jetzt einen vierten Trainer, wie gesagt, für ihn würde ich es gönnen, für den Hoeneß, für alle Fans sowieso, die waren immer da, außer es wieder Heimstimmung, immer da gewesen, die dürfen auf den Platz, alles okay. Aber ich erwarte mir und hoffe mir am Samstag, dass wir einfach ganz normal drinbleiben. Das heißt, über einen Punkt und der Rest passt. Das heißt, im besten Fall einfach ein Sieg, gewinnt das Ding 2-1, 3-1 oder selbst wenn das Ding gegen Hoffenheim im Last-Minute gewinnen und der Rest halt schon auf anderen Plätzen auch gepatzt hat und wir die Klasse so oder so gehalten hätten. Es ist einfach, vielleicht verstehe ich, was ihr meint, es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche. Da hat sich nichts angesammelt über die Jahre, da hat sich, ja, die Saison war viel, viel, ja, einfach nicht harmonisch, komplett toxisch und, ja, tabellarische Situationen, da ist kein Last-Minute-Legende dabei, ist viel lockerer als letzte Saison im Vergleich. Deswegen, wie gesagt, ich würde auch jede andere Fanbase verstehen, da gibt es ja auch immer wieder so Geschichten, aber würde auch jede andere Fanbase verstehen, die da so ein bisschen drüber lachen würde, wenn wir dann einen Platzsturm rausholen würden. Aber mal gucken, was am Samstag kommt. Vielleicht würde ich mit auf den Platz gehen, weil mir das Feeling geil ist. Aber grundsätzlich halte ich den Platzsturm nicht wirklich für angemessen diese Saison, außer es passiert wieder irgendwas Dramatisches und wir kommen doch wieder irgendwie doch noch in die Lage, dass wir da irgendwas dann doch last-Minute-mäßig noch irgendwie schaffen und dramatisch schaffen gegen Hoffenheim. Aber kommen wir zur Prognose. Darauf hoffe ich nicht. Ich lasse mal Augsburg außen vor, muss ich sagen, weil ich glaube nicht, dass sie noch groß mit reinrutschen, selbst wenn sie da verlieren sollten. In Gladbach 34 Punkte. Dazu haben wir Schalke in Leipzig, Bochum gegen Leverkusen. Manche haben jetzt Angst, dass wir vielleicht fahrlässig werden. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, die haben das auch wieder alles abgeblockt. Kein öffentliches Training. Die meisten Interviewfragen sind, glaube ich, abgelehnt worden. Hieß es, glaube ich, in kleinen VfB in einem SWR-Format. Die geben Vollgas. Die wissen auch genau, wir haben noch einen Job zu erledigen. Das Haus in Hoffenheim. Ausverkaufte Hütte. Wird eine richtig geile Atmosphäre. Alle in weiß, geile Stimmung. Die wissen, glaube ich, schon, um was es geht. Fokus ist da. Wenn da einer den Fokus richtig setzt und auch im Spiel in Mainz war kein Überwältigungsgesetz. Boah, war das wichtig und so. Jawohl, jetzt bleibt man drin und sowas von Hoeneß. Nee, ich glaube, da haben wir einen guten Trainer, der es auch rafft, in der Mannschaft das klar macht. Und auch hier muss ich sagen, letzten Spieltag, ohne jetzt die große Verbänderechner spielen zu wollen, es ist normalerweise klar, dass Schalke in Leipzig nicht viel reißt. Normalerweise. Und Bochum, klar, wir haben auch einen Punkt geholt gegen Leverkusen. Aber Leverkusen geht auch noch um was mittlerweile. Auch den dummen Unschieden gegen Gladbach. Deswegen glaube ich auch, dass für Bochum normalerweise nicht viel zu holen ist. Aber um das mal so rumzudrehen, Bochum, cooler Verein, aber ich hätte Schalke lieber drin. Deswegen fände ich es tatsächlich geil, wenn wir es schaffen würden, so, dass wir gewinnen und damit drinbleiben. Schalke genug holt in Leipzig, um auf Platz 16 zu kommen, wenigstens. Und dann steigt halt Bochum ab. Wie gesagt, nichts gegen Bochum überhaupt nicht, aber ich hätte lieber Schalke drin. Leipzig hat das Finale in der Woche im Pokal, aber Champions League auch schon sicher. Vielleicht haben die auch so einen leichten Spannungsabfall. Da werden auch unfassbar viele Schalker hinreißen. Mal gucken, was passiert normalerweise. Holt Schalke und Bochum nicht mehr als einen Punkt gegen diese schwierigen Gegner und wir zu Hause gegen Hoffenheim. Statistik spricht da für uns. Die Stimmung wird für uns sprechen. Wie gesagt, muss nichts Positives heißen. Ich sehe es aber trotzdem eher positiver als negativer, dass Hoffenheim auch schon sicher durch ist und für die mehr oder minder auch um nichts mehr geht. Also von dem her ist, glaube ich, schon mehr oder minder alles angerichtet, dass wir die Klasse halten am Samstag. Schalke aktuell 17, damit 31 Punkten. Bochum 16 mit 32, wir 15 mit 32, Augsburg 34 und wie gesagt, wir haben im Vergleich zu allen anderen das bessere Torverhältnis. Also auch da ist kein Stress. Ich glaube, selbst im Vergleich zu Augsburg hätten wir das bessere Torverhältnis. Ja, wie gesagt, ohne große Rechnerei hier. Ich bin positiver Dinge, guter Dinge, dass wir es schaffen am Samstag gegen Hoffenheim. Einfach geile Stimmung präsentieren, alle in weiß, Vollgas geben, Hoffenheim schlagen zu Hause. Dann hast du doch einen mehr oder minder harmonischen Saisonabschluss. Da muss man ja sagen, die Saison ist einfach schon vorbei dann. Diese Wochen mit Abstiegskampf, dieser kranke mentale Effekt, auch den es einfach hat, ist einfach so, ist dann einfach von jetzt auf gleich vorbei. Das wird hoffentlich eine riesen Erlösung auch, wenn wir es gewinnen und drinbleiben gegen Hoffenheim. Einfach die Saison dann auch vorbei. Und da muss man auch sagen, auf die gesamte Liga gesehen, wenn die Saison vorbei ist und wir drinbleiben, das beides vorausgesetzt natürlich, dass wir drinbleiben, dann war es echt eine geile Saison. Weil es sieht so aus, wird Dortmund Meister werden. Da ist auch da eine Änderung beim Bayern komplett FC Hollywood. Champions League ist noch enger am letzten Spieltag. Europa League glaube ich auch. Conference League bin ich mir gerade nicht sicher, aber wahrscheinlich dann auch. Abstiegskampf unfassbar gewesen über die gesamte Saison. Auch jetzt noch, wie gesagt, Platz 17 und Platz 15 trennen immer noch drei Punkte. Das ist krank. Die Saison war krank. Und wenn wir drinbleiben, kann man glaube ich am Ende auch draufschauen und sagen, ey, war echt eine geile Saison über die gesamte Tabelle gesehen. War natürlich eine krasse Saison. Mal gucken, was nach, dass es auch passiert in Sachen Herr Werle, Vogt, die ganzen Thematiken, die mir jetzt auch erstmal egal sind. Letzter Fokus auf Hoffenheim, auf das Heimschiff. Ein guter Ding, dass wir das Ding gewinnen. Der Sieg in Mainz war brutal, brutal wichtig. Lasst euch gerne eure Meinungen zu allem hier in den Kommentaren zu Mainz, zum Tabellendrechner, zum Hoffenheim-Spiel. Dies, das. Bedanken für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal.